Musik Hey Leute, mein Name ist Luise. Willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, noch ein YouTube-Channel? Ja, okay. Es werden, weiß ich nicht wie viele, hunderte Videos und YouTube-Channels, ich habe jetzt keine Ahnung, ruckele an jeden Tag. Da fragt man sich, wieso noch einer? Warum? Ja, die Sache ist einfach, dass ich Bock dazu habe und ihr könnt nichts daran ändern. Nein, aber jetzt ohne Spaß. Ich habe echt Bock, YouTube-Videos zu machen. Und vor allem werde ich in der nächsten Zeit Videos über meinen Austauschscher machen, denn ich werde dieses Jahr nach Kanada fliegen und werde da dann ein Jahr sein. Ja, richtig. Ja, und ich habe mir überlegt, da so ein paar Update-Videos zu machen, was interessant ist für die Austauschschüler. Aber ich habe mir überlegt, da das ja irgendwie öde ist, nur so über das Austauschscher zu berichten, habe ich mir überlegt, so ein paar Lifestyle-Videos zu machen. Das heißt, ich werde kochen, backen, testen für euch. Zum Beispiel habe ich vor, selbst Oreo-Kekse zu backen und, ja, damit ihr sie nicht selbst backen müsst, teste ich für euch, ob sie wirklich so schmecken wie Oreo-Kekse zum Beispiel. Dann hatte ich mir auch so überlegt, Covers von verschiedenen Songs zu machen oder auch eigene Songs vorzustellen. Ganz viele Tags machen, zum Beispiel What's-in-my-phone-Tag, Essens-Tag. Ich liebe Essen. Ähm, was gibt es noch für Tags? Ja, dann möchte ich noch so Tutorials machen, zum Beispiel Mützen-Hairstyls. Also ich habe mir überlegt, ich trage gerne Mützen. Das ist zum Beispiel eine meiner Lieblingsmützen. Ja. Und ich habe mir halt überlegt, vielleicht so ein Mützen-Hairstyl-Tutorial zu machen oder wo ich mir meine ganzen Mützen zeige, wo ihr Inspirationen bekommt. Dann habe ich mir auch überlegt, dass ich zum Beispiel meine Lieblings-Website vorstelle. Also es gibt so viele coole Websites, von denen man nicht so viel weiß oder kennt. Und, naja, fast jeder ist ja auch gerne im Internet. Und da denke ich, ist vielleicht ganz cool und interessant, da neue Websites zu entdecken. Ja, und dann hatte ich überlegt, das halt hier noch so ein bisschen lustig zu gestalten, so ein paar lustige Videos zu machen. Mal sehen, lass dich überraschen. Und falls ich mir dann irgendwann mal mein erstes Video angucke, will ich ja nicht nur geredet haben, was ich machen werde. Und deswegen werde ich euch jetzt noch was mit meiner Gitarre vorspielen. Gucken, ob die Gitarre wirklich stimmt ist. Don't you know what I'm listening to? What I'm listening to? I have this plug for you and for everyone else. I will do random shit in this fucking every scene. And I don't know. I play the same shorts. So, Leute, das war mein erstes YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr interessiert seid an dem, was ich mache, was ich machen werde, dann würde es mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Oder ihr könnt auch einfach jedes Mal meinen Channel-Namen oben in die Suchanzeige eingeben und dann gucken, hat sie neue Videos oder nicht. Aber abonnieren ist dabei einfach... Also ich zwinge euch jetzt für nichts oder so. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen unter mir. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin, peace!